Wir sind zurück bei Bravo Web TV und heute haben wir Luca Henni zu Gast. Guten Tag. Wie geht's dir? Mir geht's super, euch auch? Ja, danke. Auch sehr gut. Cool, dass ihr beide heute zu Gast seid. Wir haben heute was Besonderes mit dir vor und zwar wollen wir ein Musikquiz machen. Wir wollen mal so checken, wie gut kennst du dich gerade aus in der aktuellen Musikszene und wie gut kennst du die Songs? Was denkst du so? Ja, ich sage mal, ich kenne viele Songs, aber meistens kennt man, also bei mir das Problem meistens, das ist der und dann aber Künstler, welcher ist es denn? Aber ich war noch gespannt. Ja, leg los. Also wenn du die Sprache fleißig lesen würdest, dann würdest du alle kennen. Ja, komm jetzt. Mach ich doch. Wir fangen mal mit etwas an, dass es gar nicht so leicht ist, weil der Song ist erst seit ein paar Tagen draußen, aber vielleicht bist du ja schon so gut, dass du den kennst. Fünf Sekunden, ab jetzt. Kannst du nicht einen Röpfrei spielen oder so, ey, du bist ja auch ehrlich. Wir müssen das Fragen stellen. Wir geben den Tipp. Äh. Wir machen einen Tipp? Weiblich auf jeden Fall. Ja weiblich, dann ist es Britney Spears. Genau, ja, oder? Geil, das weiß ich doch jetzt nicht, aber das... Irgendwie sowas, oder? Da schau, Rock Bitch. Oh ja, oh my bitch, oh, ja, geht ab. Okay. Aber? Okay. One Republic, Lose Myself. I lose myself. Lose myself. Sehr gut. Du bist nicht schlecht. Ja, danke. Okay, weiter. I and I come with the war. Super, du hast jetzt fast alles gewusst. Jetzt wird es einfach, glaube ich. Ja. Ö Ö Ö. Ö Ö Ö. Wie heißen denn die Marika? Ja, Ja, ich kenne es. Hängt eine B an. Bastille? Hörst du das auch nicht. Bastille? Nee. Nee. Bastille? Nee. Bastille? Nee. Gar nicht so schlecht. Bereit fürs nächste? Ja. Voll. Wenn jetzt es brennt, wenn ich... Nee. Aber hätte gepasst. Eine Band. Da muss ich wahrscheinlich... Ich kann mal raten. Eine Band. Auch guten Chart? Fünf Jungs. Fünf Jungs. England. Frech. Hat das hängerfarbige Haare mal gehabt? Nee. Nee. Boah. Gut, dein Haar ist leider... Ich wusste es ja nicht so schlimm. Das war The Wanted mit Walks Like Rihanna. Findest du das? Ah, she works like Rihanna. Das von The Wanted? Ja. Ah, super. Das habe ich auch nicht gewusst. Okay, wir machen weiter. Okay. Ah, Frieda Gold. Äh... Wie heißt... Irgendwas mit Gefühl doch irgendwie. Nanananananana. Ein bestimmtes Gefühl. Ja. Aber nicht Glücksgefühl. Nee. Frieda Gold. Ja, komm schon. Es ist ein halber Punkt, sagen wir mal. Halber Punkt. Wie ist meine Religion? Rebellion. Ja. Rebellion. Weiter. Das ist jetzt einfach. Habt ihr mich so eine Abrissbillen oder so? Das wäre jetzt geil. Nackt regeln? Ja. Nee, äh... Ah. Ja, my desire is... We can't stop. Das ist jetzt mega einfach. Leider. Den hätte man gar nicht nehmen sollen. Blurred... Blurred Lines. Yes. Robin... Robin... Wie heißt der? Robin Thicke? Robin Thicke. Also du bist deinem Hauptpreis dem Schoko-Croissant schon sehr nah. Schon, oder? Also ich seh's schon hier. Ja. Geht schon gut. Oh, ich hab auch noch nichts vergessen, was ich könnte einvertragen. Okay, wir sind noch fast am Ende. Noch zwei Songs. I've got the power. Ja, äh... Ding da. Ja, äh, ja. Ding da. Äh... Justin Bieber, That Power, Will I Am, That Power, Justin Bieber. Ja, voll. Noch einen? Mhm. Ja, aber das ist jetzt auch immer so... Immer die ruhigen Songs, die kennt man nie... Also das ist so... Kenn ich... Aber... Hast du nicht noch zwei Sekunden? Aber ein bisschen so von Mitte. Von der Mitte? Nee, das ist dann zu einfach. Aha, da komm... Aber noch ein... Okay, für Deutsch. Das ist schön. Das dreht sich alles nicht im Kreis. Ja, das dreht sich alles nicht im Kreis und Sascha fällt das Blatt runter. Ja... Da macht der nichts, dass ich weiß. Aber du kriegst das Schokokroissant habe ich trotzdem. Echt? Aber wer war das? Glücksfähig, könntest du das mal servieren, bitte. Das macht Tim Bensko. Tim Bensko. Das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Das ist auch noch eins davon. Mhm. 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 Wow, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Ein grave Schokokroissant. Dankeschön. Wahnsinn. Was wirst du mit diesem Gewinn machen? Ich werde es essen. Wow. Obwohl das ganz schön aussieht. Aber ich esse es danach, sonst... Ist doch schön. Mit innen. So, cool, dass du da warst. Danke fürs Mitmachen beim Spielen. Spielt euch alle Schokokroissants ums Mund und schickt Fotos. Das sieht super aus. Neuer Trend. Genau. Ciao. Macht's gut, ciao.